Hallo ihr, heute stelle ich euch die App WhatsApp vor. Damit könnt ihr kostenlos mit Freunden chatten, telefonieren und Dateien versenden. Verwenden könnt ihr die App mittlerweile ab 13 Jahren. Wollt ihr Bilder, Videos, Audios, einen anderen Kontakt oder euren Standort versenden, könnt ihr das über die Klammer machen. Sprachnachrichten verschicken geht noch schneller, indem ihr den Button gedrückt haltet, eure Sprache aufnehmt und den Button anschließend wieder loslasst, damit die Datei versendet wird. Fotos könnt ihr auch direkt über die App aufnehmen und sofort verschicken. Die App bietet auch die Möglichkeit, Gruppenchats zu erstellen und mit mehreren Freunden gleichzeitig zu kommunizieren. Dafür geht ihr auf die Menüpunkte, wählt Neue Gruppe und fügt die gewünschten Kontakte hinzu. Euer Profil könnt ihr mit einem Profilbild oder einem Status ergänzen. WhatsApp kannst du auch auf deinem Computer verwenden. Dafür musst du das Menü aufrufen und WhatsApp Web auswählen. Mit deinem Browser rufst du am PC ebenfalls WhatsApp Web auf und scannst mit deinem Smartphone den angezeigten QR-Code. Beachtet bei euren Aktivitäten in WhatsApp, dass der Datenschutz extrem kritisch zu sehen ist, obwohl eure Nachrichten mittlerweile Ende zu Ende verschlüsselt sind. Mehr Infos zur App WhatsApp und Näheres zum Datenschutz und möglichen Alternativen findet ihr auch im Apps- und Ups-Bereich auf www.handysektor.de Euch noch einen schönen Tag und bis bald!